Zum 33. großen Sparkassenpreis. Die Spitze geht an der Außenseite gleich an Emerita, zusammen allerdings mit Gypsy Spirit, die ganz innen jetzt auf Touren kommt. Und mittendrin Sky auch dabei, die Spitze jetzt zu übernehmen. Sky außen Emerita, innen daneben sehen wir Gypsy Spirit an der vierter Position. Dahinter ist Peace of Paris zu sehen. Dann außen Magic Image, weiter innen Cabarita und K-Club mit Césara am Ende des Feldes. Die Spitze aber den Berg hinauf hat Sky innen mit René Picholek. Anderthalb zwei Längen dahinter Emerita, innen geht Gypsy Spirit. Auf Platz vier dahinter ist es Peace of Paris, dann an der Außenseite Magic Image, innen Cabarita vor Césara und K-Club am Schluss. So wird der Schlussbogen jetzt erreicht und immer noch marschiert Sky vorn. Sky vor Emerita, dann Gypsy Spirit, außen rückt jetzt in guter Haltung Magic Image nach. Zwischendrin ist Peace of Paris involviert, dann Cabarita, außen K-Club und am Schluss Césara. Jetzt geht Emerita heran an die Spitze, löst Sky ab, innen versucht es Gypsy Spirit. Außen kommt im Moment Magic Image nicht recht weiter, K-Club versucht es noch. Aber Emerita ist vorn, innen Gypsy Spirit, innen, Emerita, innen Gypsy Spirit. Mit K-Club wird außen sehr schnell, Emerita noch vorn, K-Club und innen Gypsy Spirit setzen nach. Emerita aber ist die Siegerin. Die deutsche Nationalhymne wird gespielt. Emerita vor Gypsy Spirit, dann K-Club Césara und dahinter war es dann Peace of Paris vor Cabarita, Magic Image und Sky. Die deutsche Nationalhymne wird gespielt.